Ich bin ein sehr großer Fan von Jermans, mir gefällt der sehr individuelle Stil und da ich selber auch Künstler bin, möchte ich das natürlich auch nach außen ausstrahlen. Jermans ist für mich Kunst, Mode und Jermans ist anders. Jermans ist wie ich. Besondere Stoffe sein, die Jermans hat, das Jacquard-Gewebte, bunt, ausgefallen, modern. Die Qualität der Stoffe und natürlich auch das besondere Design. Und dann sind sie natürlich sehr edel in der Verarbeitung und brauchen sich auch sehr gut, leicht. Weil ich ein Mensch bin, ich brauche Kleidung, die was Außergewöhnliches darstellt und das wie die Jermans, das ist wunderhübsch.